Ahaaah Stolle Bollzu Wawabutscha Tschüss! Die Hobokenkobolte past't! Melden sich wieder zurück mit Rainbow Six Siege ranked! Und zwar zocken wir auf Präsentenflugzeug mit demselben Team Braa! Zumindest mit demselben Hobokenkobolten gegen dasselbe Team gegen das wir eben grade bzw. gestern auf Haus gezockt haben Hashtag Rematch! Hashtag Zufälle gibt es immer wieder Leider haben wir denselben Typ nicht dabei... Leider nein, leider nein Äh, ich bin grad überlegen, was ich... soll ich Thatcher nehmen? Wäre ganz geil, ja? Nehme ich Thatcher. Beuge mich. So, Mutato, Flugzeug. Mach ich nicht so gerne, aber Dekos Puls-Math. Freut mich. Nein, nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Wollt grad sagen, Puls hat er aber schon ewig nicht mehr ausgepackt, ne? Ja, wird aber wieder Zeit. Äh, seit dem Pumpgun-Nerf ist scheiße. Mimimimimi, ich kann mir nicht mehr Waffen benutzen. Boah, jetzt ist die Pumpgun nicht mehr OP, jetzt mag ich das nicht mehr. Ich will aber nur OP-Waffen haben, und ihr geht's ja back. Feuer, Feuer von drei Seiten. Ja, Luca. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne eine Pumpgun mit dem Damage von den SAS Pumpguns und äh, der Schussgeschwindigkeit von den Deutschen. Ja. Was noch? Ich hätte gern... Einen Keks. Ich hätte gern eine Mola, Big Mac. Ja, mit 70. Nein! Warum ist das so ein Bastard? Oh, die haben eine Wand offen. Passt auf. Okay. So eine? Mhm. Also die Richtung Eingang. Oh, der Drop-Mein-Cockpit ist offen. Okay, weiß noch nicht welche. Ach so. Oh. Oh. Zwei Leute sind durch die Küche gegangen. Ostseite. Guck mal. Guck, ob der rauskommt. Der står nass. BOOAH! Olek hat aufs Maul bekommen. Olek ist down. Ipxa! Weisst du, da hast du Hoffnung, dass die Menschen nicht so Scheiße sind und dann machen sie's trotzdem. Hä, wenn die schon so ne Scheiße da abgezogen haben in dem Raum denn? Ich muss sicher sein, dass ich fliege. Ihr schafft das schon. Wenn nicht, haben wir ja einen Bolleck, der die Schuld aussieht. Oh, diese Hyping-Pfotzen, Alter. Hier sind tatsächlich alle Hyping. Ganz vorne im Raum sind zwei Jäger und Coco. Also, oben ist komplett leer. Okay, dann ist erstmal alles gut. Ihr könnt ja doch alle eure Drohnen schön positionieren und ich gehe durch die Drohnen. Die ist noch. Okay, Deco, bei dir dürfte... Ja, ich fahre schon mal nach unten. Kitchen. Echt, sind wir zu zweit jetzt? Wo waren die denn in der Küche? Küche ganz hinten durch. Marvosa, Rookie ist hier. Nein, hier, ja, hier. Irgendwas markiert, oder? Auf jeden Fall in der Küche war... ...einer. Guck jetzt um die Ecke, da ist einer. Ich will meine Drohne haben, wer will gerade meine Drohne haben? Tür rechte Seite. Ja, Tür rechte Seite. He is north. Ja, aber scheint wohl weg zu sein. Ne. Ohne. Trägt mir nix. Schön. Schön schön. Zwei gegen. Einer von euch sollte nach hinten gucken. Ist das für euch verleugt? Ja, rechte. Ego, kannst du jetzt nicht aufbauen? Ja, jetzt nicht. Ja, jetzt nicht. Wir können ja so nicht chillen, oder? Beim Drop ist gerade ein Brett runtergefallen. Coming, coming, coming. Okay, jetzt ab, jetzt ab. Jetzt ab. Wir haben 20 Sekunden, ich muss jetzt hier aufmachen. Oh. Da ist er, er ist unten, er ist unten. Da war er doch. Digga. Was machst du denn da? Guck's hin und guck's weg. Ich hab dir nicht gesehen. Hast du mich verarscht? Ich steck genau vor dir. Digga. Ich hab dir echt nicht gesehen. Nicht mal irgendwie in Deckung oder sowas. Also da war Rauch und dann hab ich nichts gesehen. Das war auf jeden Fall. Super. Super. Da haben sie uns ganz schön geweckflext. Weckflext? Gebackflext. Welches Mal war das gesprächungs-, gesprächungsmal oder was? Ja, meine Brille ist still missing. Meine Brille ist still? Ich könnte meine Triad Brille aufsetzen. Mit dem Schnauzer. Aber sie will mir jetzt auch nicht viel weiterhelfen. Deswegen, wir endet. Ja, Veras la estrategia. Wir sind die Veras der Strategie. Denke ich auch. Sag's. So, bitte einmal hier. Ich mach die Drops zu. Beide. Öffnen, Popperbord. Öffnen. Kann niemand öffnen? Bringen oder was? Der Gang. Oh, ich könnte ja vielleicht noch Mutscheiße aufstellen. Warum? Mann, der Typ steht im Weg, ich kann meine Mutteile nicht passieren. Sein Warn-Zone, ne? Nein, 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 nein. Keine Wandverstärkung, äh... Türbarrikaden hier. Warum? Okay, im Erdgeschoss vorne kam was rein, unter dem Cockpit. Zwei Leute kamen da rein. Alter, alle drohen, alle... Alle drohen, alle drohen, alle. Alle drohen, alle drohen. Ich habe keinen Wort verstanden. Oh, hier neben mir ist er, oder? Oh, kein Wort verstanden. Schnauze. Keiner Übergang. Ey, du verfixte Twitch-Drohne, wenn ich dich drüchte. Boah, da ist überhaupt der Sniper. Küche, Küche ist was? Küche ist was? Der Sniper war auf der Treppe zum Cockpit. Habe ich ja gekühlt. Nice. Jetzt war durchs Cockpit nach unten. Deco, unter dir, Deco. Unter dir. Ignora, unter dir. Just here. Go slowly, go slowly. Deco, go slowly. Ey, das ist... Wo war der? War der Küche? Wirklich, in der Küche. Ach, komm, Alter. One more, Deco, one more. High pink faggots. Da ist ne Claymore, pass auf. Ja, hab ich gesehen. Meinst du wie genau vor mir steht? Lächerlich, Mann. Der F***, du twitzt Träne! Hatsi! Loll. 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 Ich hab einfach da durchgesprayt, Alter, mit der Pumpgun. Lächerlich. Digga, ich dachte mir so, schieß ich jetzt geradeaus, um Ganymanden zu erwischen, oder gucke ich, ob der sich dahin hockt, wo ich auch gerne hin hocke. Und der hat da gehockt, wo ich auch gerne hocke. Sehr schön. Deco, slowly, Deco, slowly. Sorry. Schau mal, ich hätte wieder Bock auf den Sledger, aber der wird mir immer... ...terwehrt. Auch Granat, nur Claymore. Ähm... Ich hab Bock auf die Waffe von Alkyo, die auf die Oak. So! Sledger haben wir. Danke, Russian friends. Ich darf dich Deco wieder aussuchen, was er nennt. Mach die... Camstone. Sehr nice. Alter, mein Pumpgun-Kill, die letzte war gerade so skillig, ja. Total. Skill, skill! Wir haben durch Watt geschossen. Skill! Ja, weil ich einfach... ...woher gesehen habe. Ich bin Wahrsager. Nein, das hab ich nicht gefunden, doch was zu können. Ich weiße Punterfütteln. Ich arbeite in meiner Freizeit auf Jahrmärkten als Wahrsager. Vorderer Serviceeingang ist glaube ich schon gar nicht so doof. Nein. Nein. Nein! Fixer, meine Punkte. Die scheiß langsame Fickzone, ey. Hast du schon ein paar Leute angedamaged vorher? Nein. Kamera ist zerstört. Unwichtig. Also als Twitch muss man jeden einmal anschießen, das weißt du doch. Gibt's Assists für everyone. So, du denk an Twitch Moves. Einer war direkt hier am Anrennen, so. Also bisschen... ...auf pass. Achso. Oh, da ist sogar direkt einer. Ui. Achso. Was? War ich nicht. Hast du die echt zerstört? Oh, meine Drohne liebt ja echt immer noch. Der Jäger ist... Weckraum. Ich geh auf die andere Seite. Ich brauchte nur ne Thatcher Ladung. Deko, wie sieht's aus? Oben Treppe, Küche, der Bereich. Kann man rein? Nein. Thatcher, need your help here? Sorry, aber da ist ein Loch in der Tür. Wir haben auch hier ein Guckloch. Von der Bombe aus bis zur Tür, wo wir stehen durch. Eine Wand unverstärkt praktisch. Fährlich. Thatcher, Grenade, please. Yes! Das gibt einfach zero fucks, Alter. Mal hinten rum lang. Thatcher, here. Boah. Gehindert, oder war da gerade? Red Dot. Pass nicht. Auf der Waffe, kein Red Dot. Ey, man, die sind dran! Okay, hier, stand durch. Ganz oben... Scheiß alles. Ganz hinten durch im Kunstraum steht einer. Mit nem Hitchloch durch. Bis... So durch den ganzen Flur her. Was war das gerade von Igno? Ganz oben durch. Ganz oben durch. Hä? Hälfte Leben. Rook! Ja, wo? Ja, keine Ahnung. Ganz oben halt. Richtung Cockpit. Also aufm Weg Richtung Cockpit. Warum haben wir immer solche Scheißfotzengegner? Tracking-Pilz-Internet. Ja, der Ping hat auch den Mute vom Headshot eben gerettet. Komm, peek nochmal. Mal. 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 Killhole auf der rechten Seite. Mal. 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 Ne Claymore aufgestellt, falls da wer von hinten kommen will Toll Oh fuck Marvin, wo genau steht da ne Claymore? Oben, da steht den Ok Also die Treppe ist gesaved, ja? Links, links, links Right party Oh Gott Deco hinter die, hinter die Ja NEIN 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 HEH Boah, das wäre so geil, hätte ich den gemessert ne? Ich hätte mir so die Eier gekrollt Hinter dem, Marvin Uuuuh Good Job Puh Close, close, close Ja, aber nicht gewonnen Hab ja richtig verzogen ey Boah, was ist denn heute mit dem los? Nicht nur Marvin, setzt mir das 200A von diesem Jungen angucken soll Oioioioioi Boah, hätte ich diesen Scheiß Jäger gerade geneift Ne, dann hätte ich mit so die Eier poliert Hätte, hätte Königskette Ich wollte gerade Mute nehmen, weil ich gleich mal weg von diesemids strategic weggehen wollte, weil das rasiert mir gerade richtig, die Eier. Hä, dann nimm halt einfach ein anderes Dizier. Im Info-Comments, dass du geflamed wirst, dass es nicht ARCOG heißt, sondern ACOG. ACOG in dein Gesicht. ARCOG in dein Gesicht. Ich nehme... Was soll ich... Na! Hallo? Harry Potter? Hallo? Wo war das close? Sag dem Personalbereichen. Ich auch nicht. Der hat echt mit zwei Stimmen gewonnen. Easy peasy. Besser als Sprechmissimmer. Oh, ich war überlegen, laufe ich noch weiter weg in die andere Richtung und dann... Digger, das Team hast du gegessen? Nein, das fickt mich gerade, Alter. Das wäre... Das wäre so ein nices Spiel gewesen. Das wäre so ein nices Spiel gewesen. Denk nicht nur an dich und deine Aufgabe. Denk ans Team. Hä, nein! Das ist einfach... Für mich als Zocker, das wäre einfach so nice gewesen. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, come on. Es tut mir in meinem Zockerherzen gut, dass ich daneben geneifet habe. Der stand echt genau vor mir, Alter. Ich hätte echt daneben geneifet. Ja. Na, boah. Jetzt haben wir es auch langsam durch, ne? Ja, aber wie kann man denn bitte daneben geneifen? Hast du echt daneben geneift? Wir haben noch zwei... Wir haben zwei Rüstungen, Leute, ne? Also, eine noch. Deko. Ja, ich habe schon eine. Hä? Das ist unglaublich. Noch fünf Sekunden. Oh! Ah! Nein, 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 nein! Pass auf Sniper auf. Hi, Rocco. Servus. Na, auch am Fischen. Ja, ich mache den Teppich ein bisschen sauber. Okay. Ja, Sender. Drohne war angehalten. Mach das bitte nicht, das ist extrem ekelhaft. Ja. Ja, perfekt. Oh, kommt was. Cockpit is free. Ist nicht... Irgendwer nen Sniper gesehen? Weder gesehen noch gehört. Deco, bist du ganz vorne? Sniper, Sniper aufm Flügel. Ganz hinten. Okay. Ganz hinten durch bist du? Ja. Könnt den ja bitchen. Bitte. Könnt's mir nicht. Coming to me, coming to me. Oh, please. I told you, coming to me. Vielleicht ist die Kavira ever. Bestseite, Deco unter dir, Ash. Aufmarschel. Ey. Unglaublich. Oder Twitch, keine Ahnung. Tio, Tio, coming to me. Tio, 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 coming to me. Behind you, in your... Behind you. Behind the Sniper wall. Yeah, they come from here, there. One, for sure. Ja, ich hab markiert. Der hat schon liegt in der Küche. Hat nur darauf gewartet, dass jemand von hinten durchspitscht. Ich weiß nicht, wie weit ich schon nach vorne gegangen bin. Auch nicht. Ich nur sag mal Bescheid, wenn... Äh... Was kommt von meiner Seite. Was ist von hinten? Von hinten. Weil dann kann ich die flanken. Ich scheine gleich was reinzukommen. Aber von vorne würde ich. Toll. Er hat zwitsch und Blackbeard. Da war da auch noch einer. Das hat auch gekocht. Deco, geh hier wieder die Leiter hoch und geh hinter den wieder runter. Naja, das war der Plan. Wir haben keinen Boden. Ach, komm, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Gerade, Schatz, wird jetzt spannender. Oh. Oh, okay. Hat aber einen geilen Spot. Ich konnte gerade nicht auf die Leute schießen, weil Cavera sich so eklig hingestellt hat, dass ich die Gegner nicht treffen konnte. Nur Cavera. War ein bisschen kacka. So. 2 zu 2. Das meiste ist echt... Ah, ich muss aber... Also das came gerade... Das war... Das war Schwanz. Mhm, das war echt... Alle im Raum gewesen. Alle gestorben dabei. Und irgendwie ins Sohlen. Ich war im Raum. Ja, ja, du warst im Raum. Das war gut. Ich bin wegen Cavera eigentlich. Allwreck. Ich muss einfach komplett alleine sein. Andere Sterne nicht. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja. Wo kann denn sein hier? Wo kann denn sein? Wahrscheinlich jetzt wie auf die Schlafzimmer oder die Kacke da halt. Gute Plätze. Äh, im Keller. Der Backraum. Ups. Da gehe ich nicht lang. Nein, ich war fast oben. Oder nur noch die Kamera oben im Cockpit. Ich würde gerne wieder hier reingehen und dann stelle ich eine Claymore in der Küche und gehe wieder hinten lang durch den Gepäckraum. Der Gepäckraum ist einer. Weiter zu seiner Position. Die haben. Aber gut runter. Ganz geil. Also die haben wieder den, äh, die Wand an der Küche aufgemacht. Wo man direkt zur Bombe durchgucken kann. Okay. Also die seitliche. Ist hier irgendjemand? So, Mario. Oh, 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 pass auf, Deko. Direkt. Hier steht keiner. Jetzt nicht, ja. Dick. Oh, ist er abgehauen oder nicht? Ah, der hat meine Drohne. Ja, holt Zeit für eine neue Drohne. Er ist weg. Oh, komplett weg. Du musst aber ganz schön weit gerannt sein. Ja, was ist mit Treppe? Vorsicht, ich mach eben hier auf. Treppe nach oben hin war alles free. Oh, wir gehen Claymore da legen. Ah, warst du schon, ne? Ich auch als Claymore. Zeit, eine neue Tür zu sprengen. Warte auf! So, dann wird es jetzt Zeit für Krieg. Die ganze Wand hier ist unverstärkt, das ist Käse. Liegt uns bei dir und was los? Oh, hier auch. Hier ist irgendwo einer im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer ist die Walküre. Feuerschuss! Ich lade noch! Wie ist denn jetzt der Thescher gestorben? Was ist denn mit dem los? Hier! Ganz am Ende durch, ich hab doch ja alles... Du sollst da mal hingehen, Bolleck. Du hast ein scheiß Schild. Geh doch mal langsam. Warte, ich weiß, dass wo einer piekt. Let your drone, I wanna watch this. Bolleck. Geh mal hier rüber. Warte. Das habe ich gehört. Ja, nice, nice. Hier, hier. Hier unten steht irgendwer. Okay, let's hear. Hier, stopp. Aufsteht einer? Unten im Keller. Okay, nice. Hier, okay, okay. Letztes Mal auch schon, bin ich einfach runtergelaufen. Das ist ja super, hier ist die Stacke. One left, one left. Schwieriger. Hast du nicht noch eine Granate? Okay. One left. One right. One right, one left. Ah. Dein Laserpointer? Der ist meine. Yes. Ich höre ihn aber auch auf jeden Fall, ne? Okay, nur droht. Irgendwo ist der da hinten. Da ist einer dahinter. Dahinter, dahinter, dahinter ist einer. Mit Sicherung ist der älter Sword-Fahrer. Gleich Bedrohung. So, ich laufe jetzt, ne? Granate hattest du nicht mehr? Guys, 20 Sekunden, 20 Sekunden, go. Okay, go. One, one left. Ah, fuck, da war noch einer. One more left, one more left. Auf links? Ne, ich glaube, rechte Seite. Left, left. Ich bin verletzt. Nein, da war noch einer, direkt links. Oh, der hat ein Leben, der hat ein Leben. Nichts, wenn wir weiter. Gar nicht sein, Alter. Nice. Der letzte Rook ist im Gepäckraum. Mhm. Left, maybe. Ah! Nein! Good job, my friend. Alter, wieso hast du noch nachgeladen? Weil ich keinen Schuss mehr im Magazin hatte, du Honk, Alter. Ey, warum hast du dich vorher nachgeladen? Ob es aber du schießt viermal, hast keinen Schuss mehr im Magazin. Ja, ich habe auch gezielt, ich dachte, der piekt nochmal schnell und rennt nicht einfach wie so ein wilder Penis in den Flur. Ging ja nochmal gut, ja? Ich habe Bock auf, wie habe ich die Schlafzimmer gemacht? Ein glänzender Raum. Ein glänzender Penis. Wie habe ich die Schlafzimmer, nehme ich dann Castle? Soll ich Castle nehmen? Oder Mute? Wie schlecht ich einfach bin, ey. Oh, da ist der Wolleck auf eins vorgeprescht, oh yeah. Ja, Digga, wie viel Scheiß. Ja, aber viermal gestorben. Vier, drei. Vier, tschüss. Dego, viermal gestorben ist sehr, sehr schlecht. Eieiei. So, dann wollen wir mal jetzt die letzte Runde hier fertig machen, ja? Doppel-Sie. Zweimal besser gewesen sein, als ich. Kebäck. Bleibt es auch nie. Ich kann mal eins noch gewinnen jetzt, Alter, sonst würde das echt anstrengend. Jo, jetzt wieder in Overtime gehen. Ähm, ich mache hier auch mal eine Pause. Nein! Doch, wurde. Leute, ich bin der Doktor Neuer, wenn jemand Heilung braucht, ich bin im Raum. Es bleiben zehn Sekunden. Der Bundesverschonung. Also, wie viel Schilde hier drin sind. Geil. Das hilft uns nichts. Das hilft uns nichts. Die werden uns gleich so wegbumsen. Alter, sieht richtig geil aus. Marvin, was ist mit deinem genau? Ja, ich bin der Asch geschossen, weil das eigentlich nicht mehr. Ja, da, einen vorne, klar. Aber machen wir jetzt zwei hinten in die Backline. Könnt ihr auch mal langsam wieder pschit machen? Keiner draußen. Passen. Kino, hast du aufgemacht oder was war das? Ich. Okay. Also, Cockpit konnte auf jeden Fall was. Oh, yeah. Und jetzt kam mir eine Drohne durch. Vorderer Gang ist einer. Da war ein Drone und Cockpit. Vorderer Gang war dieser Carlos. Oh, die KB-Rad schült sich da hin. Ich meine, einen Sniper auf dem Flügel gesehen zu haben. Cockpit wurde die Tür aufgebrochen. Einmal muss immer sein, ne? Na, der scheiß Blackbeard. So ein Hurensohn, Alter, halb down ist er. Blasher. Wer? Ich. Blackbeard in Cockpit. Den Rest machen wir ja. Care, he's aiming underneath die Kastledur. Geht der Typ. US steht, äh, ich glaube... Küche, 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 Küche. Küche 2. Die Gegner haben den Nio-Gefahrgutbehälter aufgespürt. Ich sehe hier noch nichts. Ich zeige dir, soweit ich sie was sehen. Oder du kannst selber auf die Kamera gehen, wenn du willst. Lol, wie, lol, wie schlecht der, ey. Ah, two guys, where am date? Two guys. Sag ich doch. Aber einer hat gekillt, ich meine. Aber er hätte auch zwei killen können, easy. Cockpit. In your... They come from your side. Granate kommt. Okay, die ersten sind... Die sind jetzt... Zwei Stück sind jetzt bei dir, Igno. Geh da weg, Igno. Genau. Don't, don't pick, don't pick. Ey, Mann, ich war doch überhaupt nicht mehr drin! Boah! Ja, mit deinem Schritt nach links bist du wieder reingelaufen, glaube ich. Marvin, es geht los. Es geht los, ja. Kamera bitte darauf achten, guck nicht, die mir den Thermite von hinten nicht aufmachen. Ich mach hier. Doch, die machen gerade hinten von hinten auf. Wolek, one behind you, I guess. Ja. Aber rechts von dir. Ja, auf deiner rechten Seite. Ja, hier. Rechts, Termite, links, äh, Platz. Nein! Fuck! Wolek, right, right side! Ha! So eine Scheiße. Oh shit, Mann! Oh, jetzt geht's wieder bis fünf. Fuck, Mann! Ey, wenn die nicht so hurenzündige Pings hätten, ne? Das die von da aufmachen, ist immer richtig schwänz. Jo. Hatten die überhaupt nen Thatcher? Ich mein, mit Mute hätten wir die Wende schon safen können, glaube ich. Oh, Mann. Shit, shit, shit! Fuck! Nein, das wird wieder eine XXL-Folge jetzt! Hm, ach ja. Deko muss einfach wieder Puls nehmen. Egal, das geht nicht mehr, seit der Puls ist. Natürlich. Kommt gar nicht so die Scheiße. Alter, was ist das für, äh, für ne Spaghetti-Sprache? Ich spreche kein Pizza. Wahrscheinlich, genau das. Oh yeah, Punkte! Oben. Oben, okay. Auch schon wieder der Raum. Gleich auch. Also, letztes Mal, warte mal, ähm... Er ist noch verloren. Fünf Sekunden. Ah! Ah! Von oben kam gerade einer. Ich glaube, das war der Rube. So, Leute. Hier oben aufpassen, da pitchen die immer. Kann man in... In dem Raum kann man nicht von oben reinschießen, ne? Ne. Äh, doch, kann man doch, oder? Ne. Doch, ich bin mir fast sicher. Ich bin mir fast sicher. Ich hab da schon mal reingeschossen. Da ist doch der runde Tisch drin, oder? Da würden es viele machen. Hm, jo. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in den Raum mit dem runden Tisch schon mal reingeschossen hab. Von oben. Ich bin schon mal reingeschossen. Ich bin schon mal reingeschossen. Ich bin ziemlich sicher. Einer ist Küche. Einer ist in der 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 Küche. Hätten wir da um die Ecke gepiekt, ist jetzt aber dick mal dran. Montagne ist hier vorne. Es ist schön, doch einfach einen Headshot. Das kann doch gar nicht klappen, Leute zu kommen. Das ist doch Gliebelzüge. Gibt's Schild, Marvot? Hauptsache hier passt mein Nifo in die Nifo. Eigentlich schon, aber sind doch so Magnet-Gliebelstreifen dran. Ach ja, stimmt. Warum bittscht der Typ sich mit mir schild? Der Drop. Nice. Nice, Montagne down. Oh, Lecker guckst du ja schon durch, jetzt ist der Juki ein Ding. Da kommt was, ja. Da kommt was. Fuck, Lecker ist mir noch da. Da sieht gut aus. Echt richtig gut aus. Ich gucke kurz die Kamera. Kann ich sehen. Wo kommen die Leute her? Ansage. Erdgeschoss. Aber sei, sei, psscht. Irgendwas ist euch am bittchen. Über euch. In R-Richtung, hinten. 15 Sekunden noch. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Wirklich? Der Reload. Nice. Nice. Aufgepasst in sein Gesicht, Mann. Nicht mit mir. Niemand fasst meinen Bolleck an. Marvin, Baby. Du bist der Beste. Ich meine, du bist der Penis. Ihr seid da richtig ineinander verkeilt, Alter. Sechs kills. Mit fünf Assists. Damit stehe ich über Deko und bin auf jeden Fall... Nicht MVP, denn das ist Bolleck. Nicht MVP. Aber verdient der zweite Platz. Ja. Pass, pass. Eigentlich sogar erster Platz habe ich verdient. Gut, schau. Wir haben zweimal die Leute fertig gemacht. Damit haben sie gezeigt. Das ist besser als das Gegner-Gruppteam. Diesmal aber richtig, ja. Das Daumen nach oben. Da haben wir zum nächsten Mal noch reingehauen. Gold 4. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.